Ja, das sind also unsere wichtigen Merkmale, um am erlegten Stück gut den starken Überläufer zum Beispiel von dem schwachen zweijährigen Keiler zu unterscheiden. Ja, und wenn wir jetzt zurück zu unserem Überläufer kommen, dann ist es mit circa 18 Monaten so, dass sich unser männlicher Überläufer eigene kleine Rotten bildet. Und zwar sind das die sogenannten Überläuferrotten. Wir hatten ja gelernt, dass wir die Rotten haben, die sich aus Bachen, Frischlingen und den Überläufern zusammensetzen. Aber mit dem 18. Monat lösen sich jetzt eben unsere männlichen Überläufer von der Rotte und bilden ihre eigenen kleinen Rotten. Das sind ja wie kleine Jugendtrupps. Wenn du also in deinem Revier etwas schwächere Stücke siehst, die ungefähr alle die gleiche Größe haben, so drei, vier, fünf Stücken, also so kleinere Trupps, dann kannst du ziemlich sicher sagen, dass es sich hierbei um so eine Überläuferrotte handelt. Das Stück, was wir begleiten, hält sich jetzt also in einer Überläuferrotte auf und nicht mehr in der normalen Rotte. Ja, und damit wir unsere Formel für die Zähne noch kompletieren, fehlt natürlich noch der letzte hintere Backenzahn. Und zwar ist das der sogenannte M3. Dieser M3 wird circa zwischen dem 21. und 24. Lebensmonat geschoben. Das heißt, hier beginnt das Schieben. Circa am 21. Lebensmonat beginnt unser Überläufer, den dritten hinteren Backenzahn zu schieben. Dann sind wir auch schon wieder am Ende des Überläuferalters. Und unser Überläufer wird jetzt im darauffolgenden Jahr zum Keiler. Das ist auch genau der Punkt in unserem Beispiel, wo das Dauergebiss vollständig ausgebildet ist. Das heißt, ab dem 24. Lebensmonat ist das Dauergebiss vollständig. Und im Dauergebiss haben wir dann insgesamt 44 Zähne. Im Dauergebiss gibt es neben den Zahnbezeichnungen, wie wir sie zum Beispiel auch schon von unserem wiederkeulenden Schalenwild kennen, mit den Is, mit dem C, mit dem Prämolan, mit den Molaren, auch beim Schwarzwild noch weitere Bezeichnungen, die du auf jeden Fall drauf haben solltest. Und zwar werden die Eckzähne bei den Bachen Haken genannt. Bei den männlichen Stücken unterscheiden wir hier nochmal in die Eckzähne im Unterkiefer und in die Eckzähne vom Oberkiefer. Und zwar werden die Eckzähne im Unterkiefer Gewehre genannt und die Eckzähne im Oberkiefer werden Haderer genannt. Haderer und Gewehre zusammen bilden das sogenannte Gewaff. Das heißt, die Eckzähne von den männlichen Stücken von unserem Schwarzwild werden Gewaff genannt. Die Eckzähne von unseren Bachen werden Haken genannt. Das Stück, was wir ja jetzt schon seit der Geburt begleiten, ist jetzt ein Keiler. Insbesondere mit zunehmendem Alter werden unsere Keiler ja Einzelgänger. Das heißt, ältere Keiler sind Einzelgänger. Ja, und wo wir auch schon bei den älteren Stücken sind, schauen wir uns doch auch gleich nochmal die Alterseinschätzung nach dem 24. Lebensmonat anhand des Gebisses an. Hier hatten wir drei Methoden kennengelernt. Das Verhältnis von Schleifende und Wurzelende bei Keilern, die Wurzelöffnung, der Haken bei unseren Bachen und wie wir es auch bei unserem wiederkeulenden Schalenwild kennengelernt haben, die allgemeine Zahnabnutzung der hinteren Backenzähne insbesondere. Möchtest du deine Jagdprüfung sicher bestehen? Das E-Learning der Jägerschmiede hilft dir dabei. Erlebe eine spannende Lernreise mit modernster Didaktik. Klicke dich Schritt für Schritt durch die Themengebiete und erlebe einen Mix aus Lehrvideos, Illustrationen, Texten und Quizfragen. Unser E-Learning ist für jedes Bundesland geeignet und unabhängig von deiner Jagdschule nutzbar. Pro Jahr tausende zufriedene und begeisterte Jagdschülerinnen und Jagdschüler, die erfolgreich mit unserer Hilfe die Jagdprüfung bestehen. Werde Teil der Jägerschmiede-Community und buche noch heute deinen Zugang auf Jägerschmiede.de. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Schauen wir uns aber jetzt nochmal einen ganz wichtigen Punkt in Bezug auf das Schwarzwild an. Unser Frischling, den wir bereits das ganze Leben begleiten, wird bereits im zweiten Lebensjahr geschlechtsreif. Das heißt, männliche Stücke werden im zweiten Lebensjahr geschlechtsreif. Weibliche Stücke hingegen können bereits im achten Monat geschlechtsreif werden. Und im achten Monat, wenn wir jetzt nochmal überlegen, haben wir es ja noch mit einer Frischlingsbache zu tun. Das heißt, sogar Frischlinge können bereits beschlagen werden. In diesem Zusammenhang, also im Zusammenhang mit der Fortpflanzung, haben wir auch die Begriffe der Rausch-Synchronisation und des Rausch-Chaos kennengelernt. Was das ist, kannst du auch nochmal in Ruhe im Text nachlesen. Ja, aber wann findet denn jetzt überhaupt die Rauschzeit statt? Grundsätzlich findet die Rauschzeit im Winter statt. Und zwar zwischen November und Januar ungefähr. Aber auch hier ist es so, dass die Rauschzeit auch ganzjährig stattfinden kann, wenn das Nahrungsangebot und die Witterungsverhältnisse stimmen. Hier ist dann auch der Bezug zu der Frischzeit, wie wir es ganz zu Beginn an dem Video kennengelernt haben. Da hatten wir auch gelernt, es gibt dieses Zeitfenster zwischen Februar und Mai, wo die Hauptfrischzeit ist. Aber ein Frischen ist ganzjährig möglich. Und wenn ein Frischen ganzjährig möglich ist, muss auch die Rauschzeit ganzjährig möglich sein. Nach der Rauschzeit, also nach der Paarungszeit, beginnt dann die Tragzeit. Und hier gibt es bei dem Schwarzwild eine sehr schöne Eselsbrücke, wie du dir ganz einfach die Länge der Tragzeit merken kannst. Und zwar sind das drei Monate, drei Wochen und drei Tage. In Prüfungen wird hier gerne gefragt, wie lang ist denn ungefähr die Tragzeit des Schwarzwildes. Und da wird dann hin und wieder nicht diese Formel als Antwortmöglichkeit vorgegeben. Also drei Monate, drei Wochen, drei Tage. Da werden dann für gewöhnlich vier Monate abgetragt. Und das sind ja eben auch genau diese drei Monate, drei Wochen, drei Tage, sind ja circa vier Monate. Zum Ende dieser Tragzeit sondern sich dann die Bachen von den Rotten ab. Das heißt, hier auch nochmal zur Erinnerung, unsere Rotte besteht aus Bachen, aus Frischlingen und aus Überläufern. Und diese hochbeschlagene Bache setzt sich jetzt eben kurz vor dem Frischen von der Rotte ab. Und ist zu dieser Zeit ein Einzelgänger. Und jetzt erinnern wir uns nochmal, wir hatten vorhin gelernt, dass ältere Keiler ebenfalls Einzelgänger sind. Hier müssen wir eben ganz genau aufpassen bei dem Ansprechen. Das heißt, wenn ich ein einzelnes Stück sehe, kann ich nicht automatisch davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Keiler handelt. Ich muss also immer nochmal gründlich ansprechen, ob es nicht doch eine Bache ist, die kurz vor dem Frischen ist oder die gerade gesetzt hat. Kurz vor dem Frischen bauen die Bachen auch noch die sogenannten Wurfnester. Das heißt, das sind so Mulden oder Kuhlen, die mit Moos, mit Gräsern, mit Ästen, mit Laubwerk ausgepolstert werden. Und das sind eben die sogenannten Wurfnester oder Wurfkessel werden sie auch genannt. Ja, und da wir gerade gelernt haben, dass einzelne Stücken nicht immer automatisch alte Keiler sind, sondern eben auch führende Bachen sein können, möchten wir dir hier nochmal eine kleine Hilfestellung mit an die Hand geben. Und zwar ist es das Haarkleid bzw. die Schwarte. Und hier hatten wir auch schon bei unserem anderen wiederkeulenden Schalenwild gelernt, dass wir eben anhand des Verfärbens bzw. anhand des Haarkleides sehr gut erkennen können, ob es sich um ein älteres oder ob es sich um ein jüngeres Stück handelt oder wie in diesem Fall, ob es sich zum Beispiel um ein führendes Stück handeln kann. Hier solltest du dir auf jeden Fall merken, dass unser Schwarzwild circa im Mai verfärbt. Also im Frühjahr verfärbt unser Schwarzwild, aber die führenden Bachen, also die, die auch gerne mal als Einzelgänger unterwegs sind, die verfärben als letztes, circa im Juni. Wenn du also im Juni ein Stück hast, wo du noch die Winterschwarte siehst, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine führende Bache und du solltest in jedem Fall den Finger gerade lassen. Das Verfärben von der Sommer auf die Winterschwarte findet dann so zwischen September und Oktober statt. Bei dem Schwarzwild ist es häufig ausreichend für die Jagdprüfung, wenn du da sagen kannst, im Frühjahr und im Herbst. Insbesondere fürs Ansprechen, wie wir aber gerade gelernt haben, ist es schon wichtig, recht exakt zu wissen, wann denn unser Schwarzwild verfärbt. Ja, und dann kommen wir nach diesen drei Monaten, drei Wochen und drei Tagen auch an den Punkt, wo dann unsere Frischlinge gefrischt werden und dann beginnt der ganze Kreislauf wieder von vorne. Das soll es gewesen sein mit der kleinen Zusammenfassung zum Schwarzwild. Ich hoffe, du konntest wieder einige spannende Fakten mitnehmen. Viel Spaß dir weiterhin beim Lernen und bis zur nächsten Einheit. Bis zum nächsten Mal.